Ich bin heute an der Fisting und schaue, wo die Forellen heute stehen. Hier unten sind sogar ein paar. Das ist eine sehr gute Stelle, denn hier wird Futter angespült und der Boden wird aufgewirbelt. Leider kommt hier auch ein bisschen Dreck zusammen. Hier stehen noch Enten und wieder Forellen. Demnächst werde ich hier angel gehen und ich hoffe ihr schaut euch das Video an. Ciao!